Wir begrüßen Sie im Namen des Deutschen Leaders und des Festen in Flüten ganz herzlich und sind Ihnen dankbar, dass Sie gekommen sind, um mit uns, zwar nicht die Alpzeit, aber doch einen gewissen Rest der Durststrecke bis zur nächsten Wiesn zu feiern. Es ist heuer der vierte Bürgerball von der Lederhose bis zur Bürgertracht und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Viel Vergnügen, bleibt gesund und haben Sie viel Freude. Und ich darf jetzt das Mikrofon weitergeben an den Motorrad. Ich bin ein solcher Lieblingsmann, wie war ich mit johlen Eichfahrt. Ich bin ein Bierzeit, in der Scheinung des Drums, ja, ich bin ein Schüttemberg. Genau. Ich habe ihn aus Hause nur zu sehen. Ihr seid einen Haustag. Man hat eine Haustag. Man hat eine Haustag. um So, die Pauli, die wir jetzt mit dem Zaubergeber, werden auch die 4.8 immer wieder rein, wieder nach vorne gehören. Was ist ihr denn jetzt? Was ist ihr denn jetzt? Ja, was ihr denn? Ich bin jetzt hier. Das kommt von der Haftung zum Unabhänger Stuttgart, aber heute noch ein bisschen. Das war's für heute. Applaus 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 Applaus